Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video und es ist ein interessantes Spiel, also wir spielen mit Kinderfiguren und damit müssen wir anscheinend bekämpfen, wie in der ersten Folge werdet ihr sehen, da haben wir Ritter bekämpft und dann wird es in Level 2 etwas schwieriger, also ich habe immer verloren und das war mies, kommen Robber das, spinnen, ja ganz vieles komisches Zeug. Und da geht es, sage ich mal, um Strategie, Überleben halt muss man wählen und ja, wenn es euch natürlich gefällt, lasst gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und rein mit euch. Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video, heute spielen wir Barry the Shirt Demo und ja, warum gibt es eine Sprache aus, weil wenn es nur Englisch gibt, vielleicht kommen ja noch ein paar andere Sparne. So, man spielt in diesem Spiel mit Spielsachen, also so Spielzeugsoldaten, das was jeder früher mal gespielt hat, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so spielt oder noch findet, ja guck. Okay. Ah so. Okay, das ist unsere Basis und das ist das feindliche Camp. Cool gemacht. Ah ne, das sind die Feinde und das ist unser Lager. Ah. Cool. Ein Stern. Zweiter Stern. Ja, okay. Witzig Stellung. Guck mal wie er läuft, auch richtig geil. Witzig Stellung. Okay, es gibt sogar Art Relief Feuer. Okay, okay. So. Hätt ich hierhin. Art Relief. So. Die Welle kann ruhig kommen. Okay. Zur Tat. Sie bestellen hier Stellung. Ich kann mich nicht drehen. Ich will mal sehen, wie das Art Relief Feuer schießt. Rückzug. Feuer. So. Du gehst. Rückwärts. Ich krieg ihn nicht weg. Ich krieg ihn nicht. Okay, kurz. Drehen. Kann man euch aufwerten? Ja, kann man. Gut, jetzt haben wir sowieso keine Punkte. Let's go. Let's go. Mach der jetzt mein Damage. Level 2 Soldatenturm. Schon geil, das Prinzip. Also es gefällt mir, das Spiel. So, wir schicken mal den Daten los. Witzig hier Stellung. Okay. Weiter, Red Soldat. Los geht's. Du. Ach, wir haben gewonnen. Witcher 1. Drei Sterne. Kommt für. Wah? Ist schon geil. Alter. So ein Spielprinzip gab es noch nie. Habe ich noch nie gesehen. Die spielen natürlich auf Ultra Qualität. Wie immer. Ist irgendwie automatisch. Okay. Feinde sind da. Ist das viel zu viel. Grafik gewesen. So. So müssen wir es machen. So. So. Stellung beziehen. Digga. Die Ansicht ist manchmal echt richtig dumm. Dann nehmen wir halt dich. Da. Feinde. Gut. Können wir nichts machen mehr. Nur zwei Punkte. Okay. Läuft gut. Wir warten jetzt. Ich glaube die müssen wir mehrere bauen. So. Du. Dein Ziel ist die Front. Läuft gut. Ja. Weiter. 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 Ist das wirklich das Ass? Na komm. Ein Schuss. Ah. Schade. Der MG würde ihn aber killen. Mhm. Komm. Ein Ziel. Gut. Mies. 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 Machen halt mehr Damage. Mies. Jetzt kommen die Krabbelviecher. Das können mies werden. Schafft das? Ja. Wer war... Ah. Ah. Nicht schlimm. War ein bisschen Verschwendung, aber egal. So. Ihr marschiert jetzt hier hin. Gut. Schafft mal. Das Spiel, Alter. Zieht mir echt den PC. Der wird echt warm. Das gefällt mir nicht. Und mir wird warm. Aber es läuft gut. Hier muss man dann erhöhen. Warten. Und erhöhen. Gut. Kaputt. Wir brauchen ein MG. Ich weiß leider nicht, wo sie hinlaufen. Hier lang. Ganz schnell. Einer ist noch. Ja. Schade. Einer ist reingekommen wieder. Wir dürfen keine Dreie reinlassen. Was sind das jetzt? Thron. Okay. Die vorletzte Runde. Okay. Okay. Let's go. Drohnen. Wie viel halten die aus? Oh. Das ist jetzt mies. Ich glaube... Ich glaube, die Drohnen werden nur von... Das ist jetzt nochmal Soldaten. Hinter dir... Es ist so dumm, Alter. Ja Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like, Kommentar Und wir werden dann die zweite Level in der nächsten Folge natürlich ausprobieren Und ciao